Hallo meine Lieben. Ich weiß nicht, ob das Video irgendwann mal online geht, aber ich hab grad irgendwie das Bedürfnis, das mitzufilmen. Ich hab hier grad einen Schwangerschaftstest gegeben. Das ist so ein Frühtest, der vier Tage vor der fälligen Periode testet. Wenn ich bei Rossmann kaufte, der war bei Lia schon sehr super lässig und dementsprechend. Hier mein Besser. Wir wollen gar nicht gucken. Und dann gucken wir gleich zusammen. Und in der Zeit machen wir jetzt eine Pampi, ja? So, die Kleine ist umgezogen. Ein richtig süßes neues Outfit an. Und jetzt wollen wir gucken, ne? Wir sind jetzt fünf Minuten später und wir haben es nicht angerührt. Oh mein Gott, mein Herz ist Platz. Oh mein Gott, fuck. Okay. Oh mein Gott. Oh, jetzt zeig ich das gleich nochmal genauer. Mucki, wir haben Papa was zuerzählt. Ja, Papa. Ja. Das ist ein absoluter Wunschkind, ey. Mucki, mach mal weit und du lachst hier. Mama hat ein Baby im Bauch. Mucki, was? Mama hat ein Baby im Bauch. Ja, hier ein Baby im Bauch. Kriegen wir noch ein Baby? Nein. Nein. Oh Mann. Hier seht ihr das nochmal genauer. Vier Tage vor der Periode. Also dieser Test ist echt der Wahnsinn. Das ist ja wie gesagt dieser hier. Und da sieht man direkt die zweite Linie. Ich weiß gar nicht, wie ich das fertig sagen soll. Ich habe ihm vor ein paar Tagen gesagt, dass es sein kann und dass ich in ein paar Tagen testen kann. Aber ich hätte das niemals gedacht. Niemals, ey. Wir haben es einmal probiert und auch nicht richtig probiert, sondern eher so, ja, wenn es passiert, passiert ist. Aber jetzt erzähle ich das alles nochmal genauer. Ciao. Bis zum nächsten Mal.